Ich möchte Ihnen heute Abend etwas über die Entstehung des Sonnensystems erzählen. Dabei werde ich mich vor allem auf den Teil konzentrieren, der ein bisschen mehr zeigt, warum Missionen wie Hayabusa 2 so spannend sind und was die für uns in den Geowissenschaften bedeuten. Unser Sonnensystem besteht aus der Sonne als zentralen Stern und ihren acht Planeten und deren Satelliten, Asteroiden und auch Kometen. Im Zentrum, also in der Nähe der Sonne, sind die terrestrischen Planeten. Das sind Merkur, Venus, Erde und Mars. Im äußeren Sonnensystem sind dagegen die Jupiter-ähnlichen Planeten. Das sind Jupiter und Saturn, die Gasriesen, und Uranus und Neptun, die Eisriesen. Zwischen Mars und Jupiter war die enorme Schwerkraft von Jupiter so stark, dass sich da kein weiterer Planet bilden konnte. Deshalb finden wir an dieser Stelle jetzt die Überreste aus der ganz frühen Phase der Planetenentstehung, und zwar den Asteroidengürtel. Auch der Asteroid Ryugu hat hier seinen Ursprung, hat aber jetzt seine eigene Umlaufbahn, die auch der Umlaufbahn der Erde kreuzt. An der Stelle des Asteroidengürtels verläuft auch die sogenannte Frostlinie. Das ist der Abstand zur Sonne, hinter dem die Temperatur gering genug ist, dass auch Elemente mit einem geringen Schmelzpunkt dort auskondensieren könnten. Und ganz außen befindet sich noch der Kuipergürtel. Dort kommen die Asteroidengürtel her. Jetzt werde ich so die verschiedenen wichtigsten Prozesse in der Entstehung des Sonnensystems ein bisschen genauer erläutern. Vor über 4,56 Milliarden Jahren bestand unser Sonnensystem vor allem aus einer Materiewolke. Das war vor allem Wasserstoff, ein bisschen Helium und Staub, der noch von früheren Sonnen übrig geblieben ist, die dann explodiert sind. Dann kam es dazu, dass diese Wolke kollabiert ist, dass es wahrscheinlich durch eine Supernova-Explosion passiert, die eine Schockwelle ausgelöst hat, die dann dafür gesorgt hat, dass sich aus diesem Nebel aus Materie eine flache Scheibe gebildet hat. In dieser flachen Scheibe hat sich dann im Zentrum immer mehr Materie akkumuliert und die Temperaturen und der Druck sind sehr stark gestiegen, bis auf über 10 Millionen Grad Celsius. Dadurch kam es dann zur Kernfusion. Bei Kernfusion wird ja auch immer sehr viel Energie frei und die Sonne begann zu leuchten. In der Sonne sind über 99 Prozent der Masse unseres Sonnensystems vereint. Allerdings hat sich dann um unsere Protosonne noch so ein Nebel gebildet aus Gas- und Staubpartikeln. Dieser Nebel wird auch als solarer Nebel bezeichnet oder als protoplanetare Scheibe. In dieser Scheibe kam es dann zu ganz vielen Prozessen, die dafür gesorgt haben, dass sich die Planeten bilden und unser Sonnensystem so, wie es heute vorzufinden ist. Und jetzt werde ich ein bisschen mehr darauf eingehen, was für Prozesse denn in diesem Nebel stattgefunden haben. Wir sind ja alles Geowissenschaftler hier und als Geowissenschaftler ist man ja an der Entstehung von Planeten und deren Entwicklung besonders interessiert. Und wir studieren ja auch bekanntlich Gesteine. Jetzt wäre es ja spannend, wenn wir Gesteine hätten, die aus dieser ganz frühen Phase stammen, die sich noch nicht zu einem Planeten entwickelt haben. Und glücklicherweise findet man auf der Erde solche Steine und zwar Meteorite. Also Meteorite sind Bruchstücke von anderen Planeten, von Asteroiden und vom Mond. Und sobald diese Bruchstücke auf die Erde kommen, heißen sie Meteorit. Deshalb gibt es auch ganz verschiedene. Ein paar werde ich jetzt erst mal vorstellen. Ganz links, das sind die Eisenmeteorite. Eisenmeteorite sind wahrscheinlich Überbleibsel von früheren Zwergplaneten. Diese Zwergplaneten sind kollidiert. Dadurch wurden sie zerstört und die Bruchstücke sind auf andere Planeten gekommen, wie zum Beispiel in die Erde. Ganz in der Mitte sieht man Palasite. Palasite sind besonders hübsche Meteorite, die bestehen aus Metall und diesen grünlich leuchtenden Kristallen. Das sind auch Kristalle, die man eigentlich überall auf der Erde findet. Also dieses Mineral. Und diese Meteorite sind wahrscheinlich auch aus Zwergplaneten und zwar aus der Übergangszone zwischen dem Kern und dem Mantel. Ganz rechts sieht man dann einen Steinplanet. Einen Steinmeteorit. Steinmeteorite sind die häufigsten Meteorite, die man auf der Erde findet. Und diese Meteorite stammen von Asteroiden. Bei manchen Meteoriten weiß man sogar etwa, von welchem Asteroid im Asteroidengürtel sie herkommen. Die sind oft so kreulich und wenn man die sich ein bisschen genauer anguckt, sieht man, dass die so kleine, runde Einschlüsse haben. Das sind jetzt hier unten Bilder von diesen runden Einschlüssen unter dem Mikroskop. Also die sind so bunt. Das kommt durch das Licht, was unter dem Mikroskop nur in gewisse Richtungen schwingt. Diese kleinen Kügelchen haben ganz unterschiedliche Texturen. So manche haben eher so kleine, rundliche Kristalle und andere, wie der in der Mitte zum Beispiel, hat so diese länglichen Strukturen, die man daran sieht. Und diese kleinen Kügelchen nennt man in der Fachsprache Kondren. Und die sind ziemlich wichtig, weil sie auch als die Bausteine der Planeten bezeichnet werden. Und warum sie so bezeichnet werden, werde ich jetzt in diesem kleinen Video ein bisschen genauer erklären. Das hier ist diese protoplanetare Scheibe, der solare Nebel, der um die frühe Sonne zirkuliert. Und in diesem Nebel gab es dann irgendwelche Prozesse, zum Beispiel Blitze, wie es hier in diesem Video dargestellt wird, ist aber noch ein bisschen unklar, die dafür gesorgt haben, dass dieser Staub in dieser Scheibe aufgeschmolzen ist. Und dann haben sich diese kleinen Kügelchen gebildet. Und das sieht man jetzt auch hier in dem Video. Das ist wie so eine Schmelze, also aufgeschmolzenes Gestein, das dann in der Schwerelosigkeit auskristallisiert ist. Und diese kleinen Kügelchen sind dann immer mehr kollidiert und angewachsen. Also es wurden immer größere Objekte, die Asteroide dann. Und auch Asteroide sind im All kollidiert, wie zum Beispiel die Vorläufer von Ryugu. Aber irgendwann wurden manche Objekte so groß, dass sich Planeten gebildet haben. So, was wir bisher wissen über Planetenentstehung. Zuerst haben sich diese kleinen Kügelchen gebildet. Die sind dann in der weiteren Entwicklung zu Asteroiden geworden. Und manche Asteroide wurden dann zu Planeten. Das heißt, Asteroide, wie zum Beispiel Ryugu, sind das Bindeglied zwischen der Frühphase unseres Sonnensystems und den Planeten. Das heißt, das ist wie so eine Art Zeitkapsel. Wenn wir jetzt direkt zu einem Asteroiden fliegen und dort frisches Material sammeln, was nicht wie ein Steinmeteorit ewig durchs All geflogen ist, dann vielleicht noch in der Wüste gelandet oder irgendwo beregnet wurde oder so, holen, dann haben wir das frischeste Material, das wir untersuchen können, um zu verstehen, wie so ein Asteroid entstanden ist. Und damit können wir auch direkt in die frühere Vergangenheit, also in die Frühphase des Sonnensystems, sehen und vielleicht verstehen, wie sich dort die ersten Bausteine unserer Planeten gebildet haben. Dazu sehen wir natürlich auch das Material, aus dem sich Planeten gebildet haben. Und es wird uns auch hoffentlich helfen, mehr zu verstehen, wie sich Planeten wie zum Beispiel unsere Erde gebildet haben.